Hi und willkommen zurück bei Dishunard. So, jetzt sind wir wohl wieder beim Outsider. Oho. Hier bist du nun endlich, in einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der den Kaiserin getötet hat, des Attentäters Daud. Oho. Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen, damit niemand erfährt, was sie getan haben? Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren, wissend, dass du sie nie Emily manipulieren ließest? Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Hm. Wuss? War es das schon? Der überschwemmte Bezirk. Oh. So, nett, nett. Ach, die Maske hat uns immer nicht abgenommen. War nicht schlecht. Hier aus der Gefangenschaft. Ähm. Ja. Oh, okay. Kann ich scheinbar noch nix machen. Ich könnte aber auch was suchen. Da kann ich doch bestimmt nennen, oder? Das ist wahrscheinlich noch ein Elegantere. Da kann ich schon mittlerweile hoch. Kann ich doch überhaupt nennen? Was ist so schwarz? Na ja, anyway, ich probiere mal. Optional. Na, das wäre auch mal natürlich Mara. Deine Ausrüstung. Gut. Hat der doch was bei sich? Ne, der hat nix bei... Oh, ja. Was ist das? Moment. Brief an Aufseher Franklin. Nein. 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 Oh, okay. So, was haben wir da hier noch? Kopfgeldliste. Elisabeth entführt. 2000 Münzen bezahlt. Mhm. Oh, Snackjaw. Okay. Mir soll lebend übergeber. Attentäterklinge. Okay, nimm mal doch. Der neue ernannte Lord Regent Havelock. Oh, super. Okay. Slackjaw hat sich verzogen. Oh, das ist das komische Musikinstrument, das die Zauberei behindert. So, nimm mal mal gucken. Deine Ausrüstung. Du gehst wahrscheinlich doch nun an. Oh, wir haben nur unsere Fähigkeiten. Und diese Klinge. Ja, alles nice. Ja, logisch. Wir sollen unsere Ausrüstung, sollen wir ja auch erst wieder finden. Was ist das? Fisch. Naja, können wir zur Not. Können wir die platt machen. Was denn nennen wir nur noch? So, der macht uns nix mehr. So, hin, warte mal. Ja, alles nice. Oh, Mann, nur kurz. Ah, Mist. Ich hab hier gar kein Dings mehr in der Hand. Okay, Schwert. So, komm du, du. So, das hast du jetzt davon, ne? So. Dann machen wir sogar Zeit. Ja, das ist nice. Okay, muss ich noch mal. Mal gucken, ob wir hier irgendwo sowas ziehen haben. Bei allem gucken, müssen wir auf unser Sauerstoff achten. Sonst sauf ich gleich ab. Ne, hier ist offensichtlich. Und dann machen wir halt uns sowas. Moment, hier bin ich drin gekommen. Jetzt geht der Obe weiter, oder? Moment. Oh, hier, oder? Äh, ich war verwirrt. Ausrüstung ist in 118 Meter. Nee. Hm, hier ist wohl, oder übel. Nichts, oder geht's hier unbedingt irgendwo zu meiner Ausrüstung? Ich glaube nicht. Oh, und der Treppe. Oh, und der Treppe. Doch, ne Obe. Hm. Okay, das kann ja dötig sein, dass man ne Obe misse. Komm ich da an ohne? Na, dählich. Ja, unser Supersprung. Ja, der hat es da ist. Wow. Und der guckt in die Richtung. Wow. 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 Warte mal, ach Gott, mir, meine, noch die andere ganze Optionen, die haben wir hier auch noch, stimmt. Haben wir hier auch noch. Wer hat es da ist? Was? Was könnte man tun? Ja, das sind zwei zu viel. Nein, ich könnte weggehen. Da drin hätte ich nichts zu geben. Moment, steht der da jetzt? Oh, ne. Oh, ne. Die können wir uns sehen. Ja, die sind da ist. Guck die mal. Guck die mal in meine Richtung. Das steht ja da. Jetzt nicht mehr. Gehen wir immer weg von euch. Furchtbar. So ist die Beherrschung nicht möglich. Mist. Jetzt kann ich schon nicht auch noch. Das ist ja auch so. Guck mal jetzt. Komm du mal mit nun nach. Oh. Das ist tragisch. Naja, der zählt dann zwar als Kill, aber... Naja, mehr hat es dann was verdient. Sagen wir es mal so. So. So und jetzt können wir wohl auch... Okay. So. 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 So, 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 so. Im Hauptquartier. Die Ausrüstung ist immer noch drin. So, mal kurz umgucken. In einem Schrank ist was drin. Wollen wir mal da vorne gehen. Okay. Bisschen Kupferdraht mitgenommen. Und drinnen müssen wir hin. Fische. Okay. Ein paar Takte noch oben gucken. Wie könnte ich am besten... Komm ich hier irgendwie aufs Dach? Komm ich da nütze erst. Und das hier. Oh. Ganz übersehen. Hexmoorhexen. Ja, ja. Okay. Nö. Ist nix. So. Ne. Der Obo komm ich scheinbar nicht ruf. So. So. Das ist jo. Schade. Der Obo ist immer am schönste. So. Und ich muss mal kurz ein Break machen. Das ist nicht gut. Und jetzt klingelt er auch das Telefon. Also muss ich mal kurz ein Break machen. Und bin gleich wieder da. So. Wieder da. Ist mal ganz rausgerissen worden. Und ich suche jetzt immer noch eine gute Möglichkeit. jetzt einfach doch noch springen ja also ich muss aber nicht muss es doch also ich glaube ist einfach nicht dass es hier mit einer star weitergeht ob ich nicht das geht ja nicht um der spaß das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstelle irgendwie ich muss mir das so an okay Hm. So. Natürlich ist das Wasser. Und? Und? Nee, so. Ah, klar. Und das ist der Oshido. Ah, ha, ha. Da ist doch was. Wusstet, dass es doch was gibt. Ach, da hätte ich müssen so Fisch hole. Ah, damn it. Verdammte Axt. So. Können wir aber so machen. Okay, das hat jetzt aber nichts geprungen. Das hätte ich auch keine genauso gut. Direkt. Corona-Springe. Ähm. Zur Ausrüstung wollen wir definitiv. So. Dann kann ich nicht ausprobieren. So. Mhm. Okay. So. Okay. So. 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 So, dann würde ich sagen, du mir mal gucke, dass man... Oh, was man machen könnte. Ein Knochen-Artefakt. Knochen-Artefakt ist bei der Ausrüftung irgendwo. Das ist sehr schön. Wow. Wow. Das sind wieder diese Drecksviecher. Tja, du wärst dann am Beste. Kocher jetzt. Nee, da muss ich wohl... Hier hört auch was, was sich sehr verdächtig anhört. Ähm... Energie mehr. Glaub ich den nicht nennen? Moment. Ich weiß schon, ich geh in der Gimmy. Super. Das hört sich nicht gesund an. Nee, die Ausrüftung ist da hinten an. Na, da bin ich wieder fast schon mal richtig... Ja, das ist da ist. Wow. Wow. Das sieht ungesund aus. welcher schwert nicht holen oder moment das knurr artefakt ist das nicht das ist der junge du will ich hin warte hinde ich irgendwie rufkomme Oh, das sind die Weiner. Oh, fuck. Nein, 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 weg, 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 weg. Oh, fuck. Nix, nix wie weg hier. Shit, 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 shit. Das war endlich. Oh, gerade ich dumm. Oh, nein, geheim, geheim, geheim. Oh, das ist toll, das ist natürlich. Holy shit, ey. Aber, ich bin hier quasi richtig. Ich wollte hier eigentlich hin. Weil, da komme ich jetzt. Knochenarefakt, irgendwas vom Schicksal. Bekommener Gast, ne. Ink des Schicksals 2. Hm. Hm. Anyway, mehr Hans aber. Da hinne will ich aber noch hin. Hm. Hm. Oh ja, ok. Oh ja, ok. Oh ja, ok. Ja, ja, da gehen wir doch mal schnell in den... Wow. Fuck! Oh fuck! Wow. Ihr Schweinehunde. Das gibt's doch nicht. So. So. Uncool. Eine Ruhne. Ein Knochenadefakt. Die Ruhne muss ich irgendwie da unten nennen, falls das geht. Oh fuck, zu weit gesprungen. So. 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 Oh nee. So. 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 So now. So. You know. So. So. What if. Amstag. 감사ara. Air Control, oh ja. Sokoll eines Ravenarieleiters. Achso, ich denke, ich kann diese Gasmaske holen. Okay. Naja, Mana Alex hier, das nehmen wir gerne. Okay, da müssen wir wohl innen. Ach, super. Nicht Falle. Sicherheitshinweis lassen die Treppe immer in der oberen Position. Für uns Hinweise. Das war wohl wichtig, okay. So ist was für Walöltank. Hm. Mal sehen, was das war. Missionshinweis war. Okay, optional. Gut, das... Okay, das war nur das. So, entweder... So. So. Schade, ich habe gegen das langt. Ähm, entweder... Hier ist ein bisschen Strom. Oder mir gucke, ob man eine Kletterpartie machen könne. Ich bin doch bestimmt irgendwie... Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Ups. Dann halt nicht. So. So. Nein. Jeder war... So. 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 wow das war echt langer Sprung ne, doch nicht ok Kletterpartie 1 wollte nicht wie ich wollte so so das sind wir doch schon ein bisschen hier so nee irgendwie so ach guck an guck an wusst dass das so Möglichkeit ist so ok geht es jetzt weiter oh wow klicke halt ähm moment so hier kommen wir naja oh was ist das hier Geld Brotkohle die da angelegt hat und das soll wohl heißen was du nicht rauskann das ist aber ganz dumm will ich aber raus komm hopp 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 so lass mich wenigstens hier raus hm das ist zu dick du Corvo probieren wir mal ob wir von außen an Ruhr kommen nee da müsste ich vielleicht noch ins hoch hm so nein nein oh ich werde so tief fallen so nicht wie nicht schon wo hier das ist nicht falsch mach ich jetzt ist das ein Screed oder ja nicht so wow ich wusste dass das irgendwann kommt wo ist der letzte Speicherpunkt so heute mal die Rune schon gehört nee na die ist noch nicht okay jungs ich mache so damit es langweilig wird mache ich hier mal cut ist eh wieder viel zu lang und dann schnappe ich mir die Rune und spiele schon mal deine Uftich nochmal neu damit wir nochmal an der Stelle sind bis dann bye 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 bye